So, dann brauche ich Hydralisten, oder? Ich brauche immer noch mehr Vespin-Gas. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Okay, das ist doch schon eine ganz okaye Armee. Also, ich glaube, damit kann ich schon was anfangen. So, ihr geht mir jetzt alle da rüber. Und mein Overlord lebt noch. Was zur Hölle? So, ich finde die Armee sieht auch gut aus, oder? So, ihr geht mir da rüber und ihr auch. Oh, cool, das wusste ich gar nicht. Okay. Was wir jetzt machen, ist, wir machen noch mehr Bärslinge. Weil ich finde die Viecher cool. Dann bauen wir dann noch eine Königin. Oh, und jetzt muss ich nur noch rausfinden, F. Okay, das ist gut zu wissen. So, ich finde, das schaut auch ganz, ganz okay aus. Okay, das sah doch ganz gut aus, oder? Oh, ich bin doch awesome. Boah, ich bin besser, als ich gedacht habe. Los, kotzt sie an. An kotzen ist immer gut. So, und jetzt machen wir den da kaputt. Oh, Mann, ich bin so gut. Ich bin so gut. Das wusste ich gar nicht. Wahrscheinlich ist mein Gegner nur unglaublich scheiße. Also, bauen wir einfach mal mehr Ritualisken. Und wir bauen... Scham. Und einen Schwarmstock. Und mit euch hauen wir einfach mal da hinten hinab. Und brauchen wir Säklinge. Und ich brauche gleich wieder Overloads. Äh, lol. Ja, super. Äh, what the fuck? Was soll denn das? Hey. Äh, hallo? Ja, gut. Okay, dann halt. Wer mir nichts sagt, warum Pause, der kriegt keine. Bauen sie mehr Overloads. Klar. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Äh, oh, cool. Die drei Kollegen bauen kein Gas mehr ab. Ähm. So. Dann hätte ich gerne... Was hätten wir eben gerne? Hydralisken. Okay. Na da. Brauche ich jetzt eine Hydralisken Schabenarmee. Das hört sich doch gut an. Finde ich ziemlich plausibel. Und das hier sieht ziemlich gefährlich aus, oder? Alles, was mir noch fehlt, sind ein paar Bandings. Habe ich überhaupt Säklinge? Irgendwo? Irgendwo? Oh, ja. Was ich jetzt mache, ist, ich baue ein... Ultralisken-Kurbel. Okay. So, damit mache ich jetzt hier alles kaputt. Äh, und in der Zwischenzeit sorge ich für... Toll viele Sachen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß auch gar nicht, worüber ich reden sollte. Das merkt ihr aber, glaube ich, oder? Alter, wie ihr sich da oben halt zukämmt. Gut, dann gehen wir von der anderen Seite hin. Nein, wir erforschen das hier jetzt. Wir erforschen jetzt einfach alles. Puh. Okay. Äh, Ultralisken. So, jetzt habe ich gleich noch vier Ultralisken. Und mit vier Ultralisken gewinne ich das doch locker. Vor allem, ich habe hier überall Laufen. Permanent. Boah, ich bin so pro. Ich bin voll gut. Das wusste ich gar nicht. Äh, ich brauche ja noch die Rüstung für die, ne? Ah, das ist aber schade. Wisst ihr, was wir mit euch machen? Boah und zwei davon. Los, meine Ultralisken. Spawn aus euren kleinen... Wie kommen die? Was? Was zur Hölle? Ich meine, bin ich der Einzige, der das merkwürdig findet, dass die Mega-Viecher da einfach so rauskommen? Boah, das ist doch perfekt gerade. Ich komme jetzt einfach von hinten. Ich muss nur aufpassen, dass ich die schön beisammen halte. Nein! 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 Was ist denn hier los? Scheiße, das war doch nicht so perfekt. Oh yeah. Das war gar nicht okay. Ja, kurz ein paar Einheiten aus, so. Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Panik, 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 Panik. Ähm. Ich habe da, 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 ganz viele davon. Und ganz, 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 ganz viele Särklings. Und da bauen wir auch noch ganz, ganz, ganz viele Särklings. Särklings sind billig. Särklings sind okay. Särklings sind billig. Särklings kann man viel machen. Okay. Gut, die Overlords jetzt nicht unbedingt. So. Okay, das gerade eben war irgendwie. Jetzt hat es nicht so geklappt, wie ich es mir erhofft habe. Hm. Ich hoffe, ich mache das da. Das bringt es sicher. Und yay! Hier hat es mich rausgelegt. Super, das spielt mal eine Runde, die gut ist und dann sowas. Naja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem irgendwie gefallen. Ich habe es mir jetzt selber gerade eben nochmal angeschaut. War ja nicht so spannend irgendwie. Ähm. Aber es liegt daran, dass ich wirklich mich nicht gut gefühlt habe, aber trotzdem, ich wollte halt was hochladen. Damit ihr noch wisst, ich bin am Leben. Also, bis zum nächsten Video, da es höchstwahrscheinlich sehr viel besser wird. Ich plane ein Devourer-Game-Noob-Online. Bäm. Egal. Die Leute, die nicht schon mal mit mir als Devourer gespielt haben, wissen, dass das höchstwahrscheinlich recht lustig wird. Also, bis dann.